Heute in den Foto-News. Jede Menge Neuigkeiten natürlich im Kameramarkt. Möglichkeiten, wie ihr sparen könnt. Stichwort Sommer-Cashback-Aktionen bei diversen Fotoherstellern. Und eine Möglichkeit, wie ihr noch mehr sparen könnt im Sinne von 100% Lasertest. Im Frühjahr haben wir die Panasonic Lumix GH6 getestet. Damals auch schon der Hinweis, dass Panasonic schon ein größeres Firmware-Update angekündigt hat. Das kommt jetzt auch demnächst, muss man sagen. Also jetzt quasi die Ankündigung dafür, dass ihr es demnächst Anfang Juli dann runterladen könnt. Unter anderem mit dabei oder hauptsächlich mit dabei die Möglichkeit, RAW-Video über HDMI auszugeben, um dann zum Beispiel mit dem Atomos Ninja das Ganze aufzuzeichnen. Und wie ebenfalls schon angekündigt, die interne ProOS-Aufnahme jetzt noch in mehr Auflösung und Bildwiederholraten. In der ersten Firmware-Variante ging das ja nur in Anführungszeichen in 5,7K-Auflösung. Also halt komplette Sensorgröße. Jetzt hat man eben auch Cinema 4K und 4K mit reingebracht in diversen Bildwiederholraten. Also das, was Panasonic versprochen hat, kommt jetzt auch. Wer im Fujifilm X-System ist, darf sich auch freuen. Ab 8. Juli bringt Tamron das zweite Objektiv für das X-Bajonet. Angefangen hat man etwas überraschend, muss ich auch sagen, letztes Jahr mit dem 18-300mm Reisesoom. Und viele haben sich da gedacht, man hat doch gerade erst das 17-70mm 2.8, also damals gerade erst vorgestellt oder auf dem Markt gepackt. So ein schönes, lichtstarkes Standardzoom, ein bisschen günstiger, das müsste sich doch verkaufen wie sonst was. Anscheinend dachte sich Tamron das jetzt endlich auch und bringt eben auch das 17-70mm 2.8 für das X-Bajonet heraus. Wie gesagt, Verkaufsstadt ab 8. Juli. Preis habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich tippe mal, die UVP zumindest wird 1 zu 1 bei der liegen, die ihr auch von der E-Mond-Variante kennt. Also schon mal ganz schick, dass man da jetzt ein bisschen mehr Ausfall hat. Wie eingangs schon angekündigt, es gibt wieder eine Leser- und Leserinnen-Testaktion bei uns, wieder im Video-Format. Was heißt das und um welches Produkt geht es überhaupt? Das Produkt, die Nikon ZF-C, das ist eine APS-C-Systemkamera und spiegellose Systemkamera von Nikon. Wer die Kamera noch nicht kennt, gar kein Problem, dafür ist das Video hier und das, was ihr vielleicht produziert. Die Kamera ist technisch sehr ähnlich zur Z50, das war ja Nikons allererste APS-C-spiegellose Systemkamera. Allerdings vom Design angelehnt an die quasi schon legendäre Nikon FM2, also so Richtung 70er, 80er Jahre Design von analogen SLR-Kameras. Sehr schlankes Gehäuse, ein bisschen eben in diesem Retro-Look auch ein bisschen anderes Bedienkonzept, das Nikon da mit reingebracht hat. Ich persönlich fand es sehr spannend und Nikon auch, dass man da jetzt eben eine Videotestaktion draus macht. Das heißt, eine Person unter euch wird das Glück haben, die Nikon ZF-C samt 16-50mm-Kit-Objektiv samt 28mm 2.8-Festbrennweite in der Special Edition farblich passend dann zur Nikon ZF-C zu testen. Im Anschluss ein Video aufzunehmen, wir schneiden das Ganze für euch, laden es auf dem Kanal hoch und als Belohnung quasi oder Bezahlung oder wie auch immer, könnt ihr dann die Nikon ZF-C mit den beiden Objektiven behalten. Ist dann euer, ist also quasi wie so eine Art Gewinnspiel, aber ihr müsst ein bisschen mehr dafür tun. So, wie könnt ihr da mitmachen oder wie stehen eure Chancen, dass ihr das testen könnt? Erstmal ganz wichtig, nicht hier unten in den Kommentaren oder so teilnehmen oder reinschreiben, ihr wollt das machen, sondern wir haben eine extra Teilnahmeseite oder so eine Bewerbungsseite. Link in der Infocard und unten in der Videobeschreibung drin. Ihr müsst ein paar Fragen ausfüllen, unter anderem, welche Motivation habt ihr, wenn ihr schon eine Kameraausrüstung habt, mit der ihr das Ganze den Film wolltet. Kamera reinschreiben, Objektiv reinschreiben, Mikrofone reinschreiben, wenn ihr was davon da habt. Und selbst wenn ihr jetzt keine große Kamera habt und ihr habt jetzt nur ein Smartphone, dann schreibt auch das einfach mit rein, damit wir einfach wissen, so grob, woran wir sind. Denn auch, ganz ehrlich, die neuen Smartphones können auch gute Videos machen, wenn man halt auf die entsprechende Ausleuchtung achtet. Also das ist erstmal kein Ausschlussgrund, dass ihr da irgendwie nicht teilnehmen könntet. Aber ganz wichtig ist eben auch die Motivation oder ihr könnt auch ein paar Ideen reinschreiben, was ihr mit der Kamera machen würdet und wie ihr sie vorstellen wolltet. Denn wie ja schon gesagt, bei der ZFC geht es auch ganz viel um das Thema Design, Bedienkonzept. Und das wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie noch ein bisschen mit rüberbringt. Und dementsprechend wäre es wirklich gut, wenn ihr einfach tolle Filme oder Filmerinnen-Qualitäten mitbringt. Und dementsprechend gibt es im Bewerbungsfeld oder Formular auch wieder die Möglichkeit, noch einen Link zu posten. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen mehr Aufwand machen wollt und den letzten Testaktionen hat es eigentlich immer geholfen, um in die Endauswahl reinzukommen, macht doch einfach ein Bewerbungsvideo daraus. Ihr müsst das nicht öffentlich posten. Ihr könnt das ja bei YouTube auf Nicht-Gelistet stellen und dann den Link da einfach reinteilen oder auch bei euch irgendwo in die Cloud reinladen. Hauptsache, es ist irgendwie öffentlich zugänglich, dass ich mir das Ganze anschauen kann, wer denn der beste Tester oder die beste Testerin für die Nikon ZFC wäre. Und damit ihr jetzt auch nicht sofort losrennen müsst, gar kein Problem. Ein Sendeschluss ist der 26. Juni. Also wenn ihr das Video kurz nach Upload schaut, der nächste Sonntag. Also ihr habt schon ein paar Tage Zeit und es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt in der nächsten Minute das Formular irgendwie schnell zugleistert und abschickt oder ob ihr euch richtig Zeit lasst, dann nochmal eine Nacht drüber schlaft oder wie gesagt ein Video aufnehmt. Es ist vollkommen egal, ob ihr es jetzt abschickt oder ganz am Ende eine Minute vor Schluss. Ihr habt genau dieselben Chancen. Erst dann wird ausgewählt, wer denn in die Endauswahl kommt. Dann schaut Nikon nochmal über die Top 5, Top 10 rüber und dann entscheiden wir eben, wer von euch die Chance bekommt, die ZFC mit allem Drum und Dran zu testen und dann am Ende auch behalten zu dürfen. Klingt toll, oder? Wie gesagt, Link in der Infocard unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein. Würde mich freuen, auch eure Bewerbung zu lesen. Zu guter Letzt dann noch das Thema Cashback-Aktionen im Kameramarkt. Es gibt wieder jede Menge im Sommer. Eigentlich gibt es immer so zwei große Cashback-Saisons im Kamerabereich. Einmal die Sommer-Cashbacks und einmal so im Winter rund um Weihnachten-Jahreswechsel. Und für gewöhnlich fallen die im Sommer immer ein bisschen besser aus als die zu Weihnachten. So ist es auch dieses Jahr wieder. Und wir gehen einfach wieder alphabetisch durch die ganze Geschichte durch. Wenn ihr noch mehr gefunden habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Oder auch wenn ihr bei uns im Forum angemeldet seid, könnt ihr da auch einen entsprechenden Sweat anlegen. Der ist für alle offen. Auch jetzt für die ganzen Aktionen, die ich jetzt nenne, gibt es im Forum jeweils einen einzelnen Sweat, den ich da angelegt habe. Da habt ihr nochmal alle Informationen. Teilweise auch Teilnahmeseiten der entsprechenden Fachhändler, wo ihr dann die ganze Auswahl findet, was jetzt gerade rabattiert ist und so weiter und so fort. Okay, los geht's mit Canon. Denn die haben eine Cashback-Aktion für die Canon EOS R6 sowie jede Menge EOS RF-Objektive. Cashback-Beträge so im Bereich von 50 bis 300 Euro, also 300 Euro für die Canon EOS R6 inklusive Kit-Varianten. Und 50 bis 150 Euro für diverse Objektive. Das sind kleine, günstige Festbrennweiten bis zu so einem 70-200er, 2.8 oder Blende 4. Das 100mm-Makro, das 600 und 800mm, die Tele-Festbrennweiten. Also eine ziemlich breite Palette, muss ich sagen. Ganz ordentlich halt leider bei der Kamera auf die EOS R6 beschränkt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass vielleicht auch eine EOS RP, EOS R5, EOS R und sowas wieder mit dabei ist. Aber gut, immerhin, vor allem für die Objektive, klingt es eigentlich ganz spannend. Wie gesagt, bis 17. Juli läuft das Ganze noch. Ist eine richtige Cashback-Aktion, also kein Sofortrabatt. Dementsprechend achtet ihr wieder drauf, dass ihr bei einem der teilnehmenden Händler einkauft. Link auch zu der Aktion oben in der Infocard drin. Einen Tag länger, also bis zum 18. Juli, hat Nikon seine Cashback-Aktion. Die jetzt ausschließlich im Z-System, also keine DSLRs. Da gab es ja letztes Jahr noch mal ein Cashback dazu. Oder ein Sofortrabatt. Jetzt, wie gesagt, Cashback-Aktion zu Nikon Z. Z mit dabei, so fast alle aktuellen Nikon Z-Kameras, das heißt die ZFC aus der Lasertest-Aktion. Aber wie gesagt, da habt ihr ja quasi jetzt hier noch ein deutlich besseres Angebot. Z5, Z6 II, Z7 II, teilweise mit bis zu 400 Euro Cashback-Betrag auf die Kamera drauf. Also ist schon ordentlich, also Kamera plus Objektiv. Wenn ihr dann nur die Kameras holt, sind es so in der Regel maximal 200, 300 Euro Cashback, die es dazu gibt. Und auch jede Menge Objektive. Einen Teil davon haben wir auch schon getestet. Ich zähle jetzt mal nicht alle auf. Es sind wirklich gefühlt fast alle Nikon Z-Objektive jetzt mal absetzt von irgend sowas wie dem 58mm Blende 095. Aber sonst wirklich sehr viel dabei. Wie gesagt, sehr spannend. Und auch da, darauf achten, es ist ein Cashback. Also bei den entsprechenden Fachhändlern kaufen, dass ihr den auch beantragen könnt. Sonst wird es am Ende leider nichts damit. Bei Panasonic gibt es noch bis Ende Juli eine Cashback-Aktion. Hier mit dabei das Lumix G-System. Bei den Kameras ist die Auswahl nicht ganz so groß. Mit dabei die G91 mit 50 Euro Cashback und jeweils mit 100 Euro die GH5 II und die G9. Dazu noch elf Objektive. Auch da natürlich haben wir einen kleinen Sweat bei uns im Forum. Könnt ihr mal reinschauen. Und auch da, wie gesagt, wieder darauf achten, dass ihr bei den entsprechenden Fachhändlern kauft. Es gibt allerdings auch noch so eine Art Abkürzungen dazu. Es ist nicht offiziell, so wie ich es gesehen habe. Aber ich habe bei Amazon bei einigen Kameras und Objektiven gesehen, dass es einen Gutschein gibt, den ihr reinklicken könnt. Denn so gesehen quasi als Sofortrabatt. Nicht zu allen Sachen, die in der Aktion drin sind. Es gibt ja auch nicht alle der Kameras und Objektive bei Amazon. Aber wie gesagt, teilweise findet man es auch da. Müsst ihr gucken. Schaut am besten, denn ob es jetzt bei den Fachhändlern im konkreten Fall günstiger ist oder bei Amazon. Ich habe beide Richtungen gesehen. Also je nach Produkt kann es mal da, mal da ein bisschen günstiger ausfallen. Zum Abschluss hat OM System, OM DS, wie auch immer. Könnt auch gerne noch Olympus sagen. Eine Aktion am Start. Unter anderem gibt es für die EM1X 300 Euro Cashback. Ist ja jetzt vielleicht auch durch die OM1 so ein bisschen nicht obsolet geworden, aber ziemlich viel hausinterne Konkurrenz. Und 100 respektive 200 Euro Cashbackbetrag auf sehr, sehr, sehr viele Objektive. Ich glaube fast 20 Stück sind es insgesamt. Also nicht das komplette Angebot, aber durchaus ein sehr großer Teil davon. Gibt es jetzt eben bis zu 200 Euro zurück bei den Objektiven auch noch. Wie gesagt, bis 31. Juli. Und auch hier Cashback-Aktionen und nur bei den teilnehmenden Fachhändlern. Bei vielen normalen Online-Shops, wie jetzt wie gesagt Amazon und Co., die nehmen nicht daran teil. Also schön darauf achten, dass ihr bei den entsprechenden Händlern kauft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, Lesertestaktionen oder Leser- und Leserinnen-Testaktionen bei uns. Und ein Sendeschluss ist Sonntag, der 26. Juni. Mehr Infos dazu, wie gesagt, die Infocard unten in der Videobeschreibung drin. Würde mich riesig freuen, wenn ich auch eure Bewerbung oder euer Bewerbungsvideo sehe.